Guten Abend miteinander. Die aktuellen Modefrisuren brauchen einen besonders starken Halt. Aus diesem Grund ist Beldam Styling entwickelt worden. Eine Produkte-Linie, die aus drei aufeinander abgestimmten Komponenten besteht. Beldam Styling muss, gibt lang anhaltenden, extra starken Halt. Ein- bis zwei Handvoll Schaum ins Handtuch trockene Haare verteilen und nach Wunsch frisieren. Auch der Beldam Styling Spray gibt der Frisur extrem starken Halt. Man kann ihn auf feuchtes oder trockenes Haar sprühen und dann in jede gewünschte Form bringen. Das ist der Schäl von Beldam Styling, der das Haar gut formbar macht und dem Füllen und längeren Halt gibt. Auch der Schäl kann man feucht oder trocken anwenden und die Haare ganz nach Wunsch modellieren. Jetzt habe ich noch eine Bemerkung zum neuen Beldam Styling für echt starke Frisuren. Auf der Rückseite sehen Sie nämlich eigenartige Zeichen. Das sind die neuen Umweltschutzsymbole, die jetzt noch auf alle Goop-Produkte angebracht werden. Sie sehen hier auf einen Blick, ob die Packung bedenkellos am Kehricht mitgeben werden kann, ob es sich um ein Mehrweckgebinde handelt oder ob es ein Fall für die Sammelstelle ist. Das beste Mittel gegen Frühlingsmüdigkeit ist viel Bewegung. Unter diesem Aspekt ist der Frühlingsputz eine gute Sache. Bei Goop finden Sie erst noch tüchtige Helfer. Um fit zu bleiben, gehört auch die entsprechende Ernährung. Bei Goop finden Sie eine reichhaltige Auswahl an wertvollen Produkten. Damit man sich auch äusserlich wirklich fit und wohl fühlt, gibt es Körperpflege von Back, die einem den ganzen Tag frisch halten. Und wenn Sie im Frühling besonders modisch entgegen gehen möchten, dann sollten Sie den neuen Diana Prospekt nicht verpassen, die diese Tage mit der Post verteilt werden. Diana hat Modelle, die mit der Mode gehen, nicht gedrückt und zu Preisen, die auf kleinem Fuss leben. Und wie jede Woche zeigen wir Ihnen jetzt noch das Goop-Rezept aus der Studienküche. Neben dem reichen Vitamin C-Ghalt vom Blumköl, liegt ein weiterer Vorteil in den verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten, wie Sie gerade jetzt werden sehen. Ein ganzes Blumköl im Salzwasser al dente kochen, gut abgetropft in eine Gratinform setzen. Hier mache ich eine Bechamel-Sauce aus Mehl, Anken, ein bisschen Milch und würze, vielleicht noch nach und lasse es 10 Minuten kochen. Wenn ich den geriebene Sprint und Appenzeller reingehe, dann die Pfanne vom Feuer nehmen, mit den Eigeln binden, gehackte Peterli-Schnittlauch und Basilikum reinrühren und die Sauce dann über den Blumköl gießen. Die Gratinform in den Ofen schieben und nach 15 Minuten das Gericht, das ideal passt zu Fleisch, servieren. Das Rezept steht in der Koop-Zeitung und übrigens morgen den ganzen Tag im Teletext seit der 270. Einen guten! Soviel für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Wie immer zeigen wir Ihnen aber noch verschiedene Aktionsangebote. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Die Koop-Blumenabteilungen offerieren Ihnen einen schönen Tulpenstrasse für nur 4,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop alle Sorten Reis im Paket an 900 Gramm und 1 Kilo, 50 rappen günstiger. Zum Beispiel 1 Kilo USA Vitaminreis statt 2 Franken nur 1,50. Nesquik eine Dose 1 Kilo statt 8,75 nur 6,95. 1 Liter Granini Orangensaft La Bamba statt 2,50 nur 2 Franken. Milano Waffeln zweimal 165 Gramm statt 4,30 nur 3,60. Eine Flasche Nivea Visage Reinigungsmilch oder Gesichtstonic statt 5,70 nur 4,70. Und noch morgen über morgen und am Samstag ein Tiroler Cake an 3,40 Gramm statt 3,80 nur 3 Franken. Ein Kilo Bananen für nur 2 Franken. Auf Wiedersehen!